Wir bringen ihm die Schüssel raus. Das ist alles meins, das ist alles meins. Mein Essen, mein... alles meins. Sancho, fertig. Es sind vier Bälle. Wenn es mit vier Bällen richtig gut klappt, kommen zwei mehr dazu. Dann darf man nur die Bälle bringen. Die Fotoschen bringen, die was auch, die noch gegenständig bringen. Wir bringen auch gar nicht mehr Varianten. Wir müssen nachher wieder so ein bisschen... Sancho, Platz, Platz, fertig, fertig. Normal dauert man das extra. Normal legt man die Bälle hin. Ich will jetzt nur, dass ich es mal gesehen habe. Normal kommt der Aufbau, kann man auch extra machen, dass man die Bälle hinlegt. Zum Beispiel, wenn man siehe ist, man schiebt den extra. Man schiebt den extra. Das ist doch... Man kann es immer mehr, ihr habt eine super Grundlage jetzt gerade eben. Dass man einfach sagt, okay, Perspektiven gehen immer mehr in die Richtung tiefer, tiefer, tiefer. Es wird spannend. Und hier ist halt jetzt einfach der Punkt, er darf. Er darf mit ihr was tun. Und die Wichtigkeit nimmt zu. Wenn der Uwe schon in der Luft ist, wenn er sich auch, ich sag ich mal, sein Futter mit ihr gemeinsam erarbeiten darf. Ja. Jawoll. Ja. Ja. Und es ist trotzdem keine Anarchie. Es ist sehr viel Kontrolle im Endeffekt. Sancho. Dann lass ihn nach kurz fressen lassen. Und dann lass ihn nach kurz fressen lassen. Dann lass ihn nach runter auf. Das ist für mich nicht mehr. Das ist besser drauf. Ja. Dann lass ihn nach fahren. Das ist just an! Das ist ja auch ein bisschen fest! Dann lass ihn nach unten." Sancho Sancho Sancho